Und so haben wir uns immer im Leben zu verhalten, ruhig und sachlich. Und dass der Mensch besinnlich ist, vor allen Dingen, dass er sich, das heißt, zur Besinnung ruft, dass er sich zur Besinnung sogar zwingt, dass er zur Selbstbesinnung kommt, damit er weiß, wer er ist und wozu er hier ist. Nun, liebe Freunde, heute schreiben wir den 3. Oktober 1958 und wir befinden uns hier im Hause unseres Freundes Hermann Christoph, der ja wirklich unser Gastgeber ist. Das heißt, hier unser Gastgeber ist. Unser wirklicher Gastgeber ist ja Gott auf dieser Erde. Und das ist seine Erde. Und das ist sein Recht. Und wir haben uns nach unserem Gastgeber zu richten, wie wir uns heute auch hier dementsprechend verhalten, indem wir uns auch hier unseren Gastgeber dankbar zeigen. Und Sie, liebe Freunde, haben sich so ruhig hier verhalten. Man müsste sagen, ja, sind überhaupt Menschen da drin? Ist überhaupt einer drin? Ja, so bewegt man sich als Gast. Und das ist richtig, wofür ich Ihnen allen meinen herzlichen Dank sage. Aber so müssen wir auch im Allgemeinen sein, im ganzen Erdenleben sein. Denn Gott ist hier unser großer Gastgeber. Und so haben wir uns immer im Leben zu verhalten. Ruhig und sachlich. Und dass der Mensch besinnlich ist. Vor allen Dingen, dass er sich, das heißt, zur Besinnung ruft. Dass er sich zur Besinnung sogar zwingt. Dass er zur Selbstbesinnung kommt. Damit er weiß, wer er ist. Und wozu er hier ist. Nun, auch heute bin ich hier. Wie immer nur Gast. Ich bin Gast unter Gästen. Heute sind wir wirklich unter uns. Und wir haben auch Freunde hier, denen der Weg nach hierher nicht so weit gewesen, die den Weg nicht gescheut haben. Unser Freund Kastorf zuvor schon sagte, dass unser Freund Siegert sogar von Berlin, und hier, wie hat er den Namen? Hopper. Aber der Name ist uninteressant. Dass wir hier zwei Freunde, wirkliche Freunde unter uns haben, die auch diesen guten Weg zu gehen gedenken. Sie diesen Weg schon bejaht. Und den der Weg auch nicht so weit gewesen. Sie haben sie alle nicht so weit. Hier zu Hause ist sie so nebenbei. Ich sage immer, zweimal hinfahren, einmal aufschauen, sind Sie daheim. Von Berlin ist es etwas weiter. Nun, weil ich gerade hier angelangt bin, glaube ich, auch unsere Gäste hier, ich erlaube es mir als Gast, unsere weitere Gäste, dahingehend nicht zu befragen, sondern sie dahingehend zu bitten, auch zu uns einige Worte zu sprechen. Außerdem haben wir heute hier einen Freund, der jetzt erst hier angelangt ist, das heißt, vor einer guten halben Stunde, der sogar eine Radtour hinter sich hat, das heißt, um hier sein zu können, da Fahrrad 40 Kilometer, das macht nicht so aus, ich bin jung, sagte, ich kann strampeln, ich bin gar nicht müde, und das ist doch selbstverständlich. Also das sind immer Menschen, die doch das Gute zu schätzen wissen, und die wissen, warum, wieso, weshalb ihm hier, in diesem gastlichen Haus, ihm die Gelegenheit gegeben ist, das zu empfangen, was er für sein weiteres Erdenleben benötigt. Nun, Freunde, so ich hier jetzt unseren Freund Sieger bitte, uns einiges zu sagen, hören Sie gut zu, ich habe Ihnen nichts gesagt. Das ist wie ein Überfall. Er wundert sich selbst drüber, das weiß ich, wir haben im Nebenzimmer nicht drüber gesprochen, es muss auch nicht sein. So wie ich Ihnen hier gewissermaßen, was Sie als Überfall bezeichnen würden, er tut es wohl nicht, so wird auch ich oft überfallen. Das heißt, es kommt so plötzlich, ich ahne es noch nicht, ich ahne es noch nicht einmal, und plötzlich erhalte ich irgendeinen Auftrag. Und diesen Auftrag muss ich erfüllen. Und wie gesagt, es wird oft dann so in unserem Freundeskreis vorkommen, dass der eine und der andere dahingehend gebeten wird, uns auch einiges von sich aus zu sagen, was er so am Herzen hat, was ihn bewegt, warum, wieso, weshalb er nicht nur heute hier ist, warum, wieso, weshalb er sich hier in diesem Freundeskreis angezogen fühlt. Und das ist das Wichtigste. Ich will es heute nicht zu dem kommen lassen, und es soll auch nicht so sein, dass Sie jeder was sagen sollen. Derartiges habe ich schon oft von Freunden aufgenommen, auch im Freundeskreis in Österreich, dass die Freunde sich selbst dazu bequemten und sagten, ich möchte auch was sagen, warum, wieso, weshalb ich hier in diesem Freundeskreis bin. Aber das würde heute zu weit führen, dann sind wir morgen, übermorgen und Montag auch noch her. Darf ich Sie bitten, Freundsseker? Wollen Sie bitte nach hier kommen, oder? Können Sie meinen? Doch, kommen Sie an meine Seite, das macht nichts. Oh. Das wollte ich noch nicht, naja. Ja, liebe Freunde, wie unser großer Freund eben sagte, war es tatsächlich ein Überfall eben. Ich bin nämlich tatsächlich alles andere als ein Redner. Ich kann wohl besser das von mir geben, was ich in mir fühle, im Herzen, wenn ich schreibe, wenn ich still für mich alleine bin, aber reden ist nie mein Fall gewesen. Und doch will ich es versuchen, Ihnen etwas zu sagen. Ich bin nämlich nicht das erste Mal hier in Springe. Einige kennen mich von Ihnen. Ich bin im Juli 1957 hier zum ersten Mal gewesen, als unser großer Freund im Waldhotel Deisterforte vor 400 Menschen sprach. Damals im Juni, also für über einem Jahr, las ich die Fortsetzungsberichte von Dr. Horst Mann im Neuen Blatt, die Sie vielleicht auch mehr oder weniger kennen werden. Und da sagte ich mir, da mir kein Arzt und kein Homöopath helfen konnte, ich möchte jetzt aber nicht von irgendwelchen Übeln sprechen, das gibt es nicht bei uns, da mir also niemand helfen konnte, sagte ich mir, der kann mir helfen. Und der wird mir helfen. Und mit dieser festen Einstellung telefonierte ich in Plochingen an, im Büro, und erfuhr, dass am 5.7. hier der Vortrag startet. Ich erschien hier, hörte ihn und erlebte das Wunder in meinem Körper. Und zwar sofort. Wir unterhielten uns am nächsten Tag bei der Familie Hassel, beim Dachdäckermeister Hassel, stundenlang, den ganzen Vormittag hindurch, und ich war tief ergriffen von all dem, was ich hörte. Das war alles neu für mich. Obwohl ich eigentlich immer meinen Glauben in mir trug. Den Krieg über als Soldat und später die schwere Hungerzeit nach dem Kriege, dann als Waldarbeiter, als Forstbeamter und so weiter und so weiter. Natürlich gab es immer Zeiten, da der Glaube zu wanken schien. Das geht vielleicht jedem mal so bei uns. Und nun hatte ich einen Menschen getroffen, bin ihm begegnet, der uns das Göttliche gibt. Und ich war tief beglückt darüber. Und mein Übel verschwand. Zusehens. Ich bezeuge Ihnen das. So wahr ich hier stehe. Wir verabredeten uns da am Vormittag, am 6.7. war es wohl, uns in drei Tagen in Fahdorf bei Schleswig, oben in Schleswig-Holstein, wiederzutreffen. Ich fuhr zurück nach Berlin, holte meine Mutter. Zuvor sagte unser großer Freund aber noch, der mein kleines Gorgomobil sich nur einmal flüchtig ansah, fahren Sie aber bitte nicht zu schnell. Und ich frug Ihnen, oder ist das zu weit gegriffen, wenn ich das noch berichte? Bitte. Was meinen Sie nicht zu schnell? Na, auf keinen Fall schneller als 70, 80. Ich beherzigte das. Und sehen Sie nicht dauernd zur Uhr. Er kannte mich an sich gar nicht und kannte mich doch. Er kennt mich auch. Ich hatte nämlich die Angewohnheit, oft zur Uhr zu sehen, wenn ich irgendetwas bestimmtes terminmäßig vorhatte. Vielleicht eine innere Unruhe. Wirklich. Er wusste das. Sehen Sie nicht so oft zur Uhr, Sie haben ja Zeit. Ich beherzigte also die guten Ratschläge und fuhr nach Berlin zurück. Am übernächsten Tag brauste ich mit meiner Mutter ab Richtung Schleswig-Holstein. Es war ein knallend heißer Tag. Wir waren auf der Autobahn kurz vor Hamburg und ich vergaß den guten Rat, so dumm wie wir Menschen ja leider sind, und fuhr etwas über 100. Und das kleine 300 Kubik-Motörchen vertrug das in der großen Hitze nicht und brannte fest. Ich verspätete mich etwas, obwohl keine genaue Uhrzeit abgemacht war, und als ich in Fahrdorf ankam, stand unser großer Freund, ohne dass eine Uhrzeit vereinbart worden war, in der geöffneten Haustür und erwartete uns bereits. Und als ich ihm sagte, das und das ist mir passiert, da antwortete er, ich habe sie doch gleich gesagt, sie soll nicht so schnell fahren. Deshalb merkt es sich denn nicht. Treffend für das, für die Größe unseres Freundes, das zu sehen, was sein wird, was war und was ist. Ich erlebte dort in Fahrdorf einen ebenfalls wunderschönen Vortrag und am nächsten Tag in Rendsburg, den dritten, und war von meinen Übeln befreit und bin es auch heute noch. Im Mai trafen wir uns in Schlossberg bei Rosenheim und in Stephanskirchen. Und auch von dort nahm ich wieder viel mit und viel Gutes auf. Dass ich nun endlich in mir auch die Berufung fühle und dieser Berufung leben werde, und das soll keine Phrase oder kein Wort sein, sondern ein Entschluss, das Gute weiterzugeben, wie und wo ich kann. Es gibt gar nichts anderes mehr. Und das werde ich natürlich in meiner Heimatstadt versuchen, so gut ich kann. Und deshalb bin ich auch heute hier, nicht um den Strom zu empfangen, der mir über unendliche Entfernungen gegeben wird, ob es 100 Kilometer sind oder 500 oder 1000, spielt ja keine Rolle. Den empfange ich immer sehr stark, wenn ich mich darauf einstelle und wenn ich mich mit meinem Freund, mit unserem großen Freund unterhalte. Nein, nicht wegen des Stromes bin ich hier, sondern wegen der Worte, um sie in mich aufzunehmen, nicht nur durch die Ohren und den Verstand, sondern im Herz. Und ich werde versuchen, dass meinen Berliner Freunden, sobald ich eine genügend große Schar zusammen habe, weiterzugeben. Liebe Freunde, diese gesegnete Stunde, diese gesegnete Abend, an dem wir hier zusammen sind, der wird für uns unvergesslich bleiben. Ergreifen wir doch wirklich mit der Gewissheit, wirklich gut zu werden und das Gute weiterzugeben. die Hand unseres himmlischen Vaters, die uns hier liebend gereicht wird durch unseren großen Freund Hone Krönig. Liebe Freunde, ich glaube, dass unser Freund Sieger uns das gesagt, was bereits in seinem Herzen geschrieben steht. ich glaube, dass er sich selbst erkannt, indem er selbst es ist, der jetzt bereit ist, dieser seiner Berufung nachzugehen, um auch hier seine Mission zu erfüllen, wie jeder andere Mensch hier auch hat. Und dieses kommt nur da dann zustande, wie wenn der Mensch zur Selbsterkenntnis gelangt ist, dass er von dem überzeugt, was sich an ihm, auch in ihm abgespielt, und dass so er doch gewillt gewesen, indem er sich von dem Bösen zu lösen gedachte und auch glaubte, dass er vom Bösen befreit ist. Und er sieht jetzt seine Pflicht darin, indem dieses dann auch vielen Menschen zukommen soll. Und somit hat er eine große Aufgabe mit übernommen, indem er unseren Mitmenschen, den Freunden in Berlin, auch auf diesen Weg zu führen gedenkt, von dem er überzeugt ist, damit auch da selbst Menschen das Heil erfahren. Es ist nicht unbekannt, wenn ich Ihnen sage, dass ich in der russischen Zone beziehungsweise im russischen Sektor, wo im russischen Sektor noch einmal war und in der russischen Zone auch noch einmal war, als ich aus der russischen Kriegsgefangenschaft kam, aber seitdem den Boden nicht betreten und körperlich mit den Menschen da selbst heute nicht in Berührung kam. Und doch ist so vieles auch über die Gemeinschaft, über den Freundeskreis von Freunden zustande gekommen, dass die Freunde drüber, sie würden hier sagen, hinter dem eisernen Vorhang ebenfalls das Gute empfangen haben, denn diesem, dem reinen Göttlichen, sind keine Grenzen gesetzt. Jesus, Jesus, wir haben auch das Gute, und mit einem einen ausgleichen. Untertitelung des ZDF, 2020